Hallo und herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Ich bin McSnake, ich zock mit euch Bastion. Und so langsam wird es ja auch richtig spannend im Spiel, deswegen kein langes Rumgeseiere, sondern wir fangen direkt mal an, auch wieder zu spielen. Zur Zielhilfe beim Angriff und Einsatz von Geheimfertigkeiten linke Taste gedrückt halten. Ein Shard ist wie ein Böhrmanns Korb, aber Begeister können nicht Begeistern. Ne, klar. Haben wir aber das letzte Mal ja auch mit geendet. Dann werden wir jetzt mal den Shard da rein sharden. Das ist es. Ein paar mehr Shards wie das, und wir werden zurück in der Arbeit. Ein einziger Shard kann neue Leben in diesem Ort breathieren. Aber... Okay. Alles klar. Und jetzt kann ich hier was besser machen als vorher. Hm. Gut. Ja. Exakter Munde, ganz wichtig. Rettung so rum. Was hatten wir denn hier? 100% kritische Trefferchance. Absorbiert lose Fragmente. Metallischer Nachgeschmack. Das nehmen wir. Und hier wählen wir... 100% kritischer Schaden. Wierer Whisky hat keinen Sand, aber es schmeckt wie eine schmerzen Schaden. Es ist nicht für alle. Die Stadt versucht, die Shards zu verwenden, die die Wilde ausbrechen. So viel für diesen Plan. Aha. Macht nichts. Wir müssen jetzt eh hin. Und was sind Enkelgater jetzt? Genau. Aha. Haha. Peng. 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 Hab dich. Würde das jetzt so eine Art... ...schlecheln dran? Hm. Das ist also die große Schwester der blöden Pflanzen. Die auch sehr viel mehr Trefferpunkte einstecken kann. Hm. Einen noch? Jawohl. Äh. Eine Art Nadelkissen auf Speed. Das ist, ähm... ...unangenehm. So. Hätten wir das mal geklärt. Ich gebe mal eine vorsichtige Vermutung ob des Endgegners ab. Das Lager hat viele andere Gefahren, natürlich. Das ist noch nicht. Ich bin. 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 Ha ha, ich krieg dich kaputt. Zack, 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 zack. Kaputt. Und zur nächsten. Na gut, also diese Pistolen sind zwar schnell, aber scheißen unpräzise. Es ist jetzt für mich nicht so richtig erfreulich. Dann muss ich mich tatsächlich mit dem blöden Ankle Gator anlegen. Was bist du denn? Das sieht irgendwie schon ganz schön kacke aus. Zumal ich dafür ein Gesundheitstonikum kriege. Es ist ja nun nicht so, dass das für lau ist. Ich kann nicht die Queen Anne kämpfen ohne die richtigen Waffen. Die Brushers benutzen ihre Pikes, um die Distanz zu halten. Jetzt kann der Kind auch das gleiche machen. Ich muss erstmal diese Pflanzen loswerden. Wie... so kommt man eigentlich auf die Idee, tödliche Pflanzen zu kreieren? Das ist doch totaler Nonsens. Los, geh auf! Lass dich erschießen! Du Pflanze, du! Gleich haben wir es. Gleich ist kaputt. Wenn man denkt, es kann nicht schlimmer werden. Jetzt heile ich mich auch gerne. Ja, mach ich ab. Die Pinn-Kusschen sind aus der Ankle-Gator-Scrabs. Okay. Hm. Nachladen. Gutes Timing. Ja, ja. Und... Und... Einen noch. Amas. Und... 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 Und ... ...einen Kind in irgendeiner gewünschten Trab. Einen schlechten Schritt in diesem hohen Gras... ... ist Queen Anne's Lunch. So und so... Ein Diablo-erprobter Klickfinger kann so einiges reißen. Ankle Gator's lair, the thicker the tall grass grows. Kids gotta make a run for it. They say you can't hurt an ankle gator unless it's raining. And it ain't raining. Bad idea to walk in gator grass. So... Und jetzt? Muss ich ja wohl irgendwie da rüber kommen, oder? Versuchen wir's mal. Ich bin rüber gekommen. Da stirbt doch gerade eine Absperrung aus. Von da links geht noch eine Treppe hoch, die ich natürlich gleich gerne mal hochgehen werde. So... Was müssen hier oben noch... Ah, Etergras. Ich vergaß. Oh je. Na dann drückt mir die Daumen. Ich bin durchgekommen. Ladepausen... Tja... Etwas Spitzes. Das nehmen wir doch gerne mit. Sooo... Aber wir müssen hier immer noch weiter durch. Das heißt nicht, solange sie mit den blöden Packern beschäftigt ist. Woops... Woops... Wo ist sie nicht? Wo ist sie nicht? Wo ist sie nicht? Wo... Oder auch nicht. Naja... Hm... Okay... Genau. Mach das mal weg da. Mach das mal weg da. Aber... Mach das mal weg. Mach das mal weg. Weil ich jetzt... Das war das mal weg. Und das war... Das ist das mal weg. Ich fürchte, ich muss mich tatsächlich mit diesem blöden Enkelgater anlegen. Ja. Irgendwie habe ich sein Timing noch nicht ganz raus. Ah, das heißt, warten, zur Seite springen, zu stoßen. Er schreit, bevor er auftaucht. Ja. Ups. Weil wir ja hier noch nicht genug Probleme haben. Boah. Wäre es mit ein paar Heiltränken? Vielleicht? Jetzt schreit sie nicht mehr. Höchst unangenehm. Wird langsam so ein bisschen zu einer schlechten Angewohnheit, oder? Dass ich Level immer zweimal spiele? Aber ey, ihr sollt doch schließlich auch alles sehen. Ich glaube... Heiltrank, ich will den Heiltrank. Das war jetzt unsinnig. Na gut. So, und ich brauche... Das war noch nicht. Das war noch nicht. Komische Lanze. Ich glaube, es ist die hier. Ich glaube, es ist die hier. You know what smells worse than an Angle-Gator's breath? The stinkweed. Can't fight Queen Anne without the proper tools. The brushers use their pikes to keep their distance around here. Now the kid can do the same. The sharp sticks make Queen Anne nervous. So she backs off a bit. Those pin cushions have been living off the Angle-Gator's scraps. Queenie leads the kid into some kind of twisted trap. Yeah, yeah, yeah. One bad step in that tall grass. And these Queen Anne's lunch. Yeah, yeah, yeah. We have to go over again. We have to go over again. Nah, nah, nah. The closer you get to an Angle-Gator's layer, the thicker the tall grass grows. The kids gotta make a run for it. Yeah, we can do that. I don't like this thing. Yeah. Yeah. Na dann laufen wir hier einfach mal schnell durch No, no, no So, Lolo Ich hätte gerne die Sachen, die da hinten sind Etwas Spitzes und auch mein Getränk Hier nochmal schnell durchgeeimert Mehr Gesundheitstränke Ja doch, ja doch, ja doch, ja doch, ja doch Ja doch So, also, da sind wir wieder Okay, aber wir wissen Aber wir wissen ja, wie es funktioniert Sie schreit So And now he's made her mad Boah, das gibt's doch nicht Wir haben noch eine Chance gekriegt Gute Güte Das ist ja ein einziges Ausweichen und Erholen hier Eieieieiei Ich habe sie Hurra Hurra, hurra, hurra Okay Können wir jetzt Ach, den Schard müssen wir ja noch holen Der liegt hier hinten Ja Heilen Bitte Splitter Bitte Ja Und nichts wie weg hier Blödes Level Ja Sehr schön Okay Queen Anne's Reign is over We even got a crown jewel Alles klar Dann danke ich für die Aufmerksamkeit Zockt viel, zockt schön Ich wünsche euch eine super Zeit Und hinterlasst mir einen Kommentar Oder einen Daumen in die Richtung Die ihr für richtig haltet Am liebsten natürlich nach oben In diesem Sinne, macht es gut Einiges Whilst Sich cordt Wir sind also Folgendes Aber Einiges ульт Es gibt Einiges Was US Und Die сыл rem atie Er será soci